ich muss sagen das ding war echt richtig gut also ich habe es mir nicht ganz so kalt vorgestellt ja doch hey und herzlich willkommen bei den teas willkommen zu unserem neuen video heute wollen wir euch mal ein feedback geben zu unserer camping ausrüstung und zwar haben wir uns ja mehrere geräte gekauft bevor wir losgefahren sind und was denn gut und jetzt wollen wir uns euch einfach mal mitteilen wie wir die geräte finden und zwar geht es da um die klimaanlage um den kadak und die kühlbox und ich würde sagen fang mal an mit der klimaanlage oder genau ich habe eine menge kommentare über die klimaanlage bekommen und wir hatten auch es waren schon einige aber auch im urlaub haben es einige noch angesprochen und wieder draußen hängen lüftung ne klimaanlage also in italien wo es warm ist wo viele hinfahren kannten die das ding nicht also war schon echt ganz lustig ich muss sagen das ding war echt richtig gut also ich habe es mir nicht ganz so kalt vorgestellt ja doch da habe ich ganz so kalt vorgestellt das ding hat die ja den wohnwagen echt runter gekühlt soweit dass wir es nachts wirklich nur stufe 1 laufen lassen konnten diese ganze konstruktion habt ihr ja in dem video gesehen müsst ihr mal gucken videos unten dann irgendwo da unten oder da oben müsst ihr gucken ist das video wird eingeblendet ich habe mir so neue konstruktionen gebaut für uns ein bisschen dunkel ist das hat super funktioniert eigentlich ja es war sogar abends teilweise so kalt ja das war dass ich eine decke brauchte also schon wir haben nachts also ich frau dünne haut ja du nicht ich frau dünne haut ich habe eine decke gebraucht bevor wir jetzt weitermachen ich wollte einfach noch mal sagen falls ihr bock hat könnt ihr einfach mal unseren kanal abonnieren nämlich hier hier unten oder hier unten ich weiß jetzt nicht so richtig da könnt ihr abonnieren und hier oben links verlinken wir euch einfach mal das video von der klimaanlage genau und jetzt darfst du weitermachen und die glocke die glocke nicht vergessen zu drücken damit ihr kein video verpasst du bitteschön ihr könnt aber auch gerne mal hier oben aufs geweih drücken da passiert aber nichts probieren nein also was ich noch erzählen wollte zur klimaanlage das hat es war nicht nur gut das ding also es war schon von der sache her sehr gut aber es hat abends halt gezogen der schlauch dieser verbindungsschlauch ist nachts halt oder überhaupt der ist ein bisschen steif nicht nur nachts er ist ein bisschen steif man kann das ding nicht ganz einfach so hin und her bewegen das ist so ein bisschen nachteil gewesen wir haben uns aber da ein paar gedanken gemacht wir haben einfach zwei schranktüren aufgemacht haben handtücher dazwischen gespannt dass es nicht so dass man nicht so die diesen direkten zug nathalie abbekommen hat weil die lag vorne ich lag hinten ich habe nicht so viel abbekommen trockene augen inklusive also wer da ein bisschen empfindlich ist sollte sich was einfallen lassen dass er nicht so direkt im zug drin liegt auch wenn man die umdreht durch diesen kurzen wohnwagen also das ding bläst schon und rechts und links an bescheiden dran und dann hat man es doch im gesicht das war also das einzige negative ansonsten klimaanlage kann ich sagen klar kaufempfehlung absolut top also toll so was war das nächste unser lieber kadak ja unser lieber kadak ich habe mich total darauf gefreut viel mit dem kadak zu kochen wir haben gar nicht so viel gekocht also ich koche zu hause auch nicht habe ja so ein bisschen küchenverbot von meiner frau bekommen das erzählst du immer hast du überhaupt nicht naja aber wenn ich mittlerweile darf ich ja das hätte er gerne weil er nämlich nicht gerne kocht so und dann heißt es nämlich immer hat küchenverbot hat er nicht aber im urlaub habe ich so ein bisschen gekocht da müsst ihr mal gucken in irgendein video war das da drin da haben wir dann so mit so es kann wie zeug und sowas gemacht super gerät kann man echt empfehlen alles so was mit grillen zu tun hat mit dem deckel drauf man kann also da drinnen auch so ein bisschen garen und wie so ein gasgrill halt zu hause auch so ein barbecue grill man kann eine menge mitmachen auch pfangengerichte alles super tolles teil funktioniert richtig gut das einzige was ein bisschen doofer wenn man abends mal oder mittags mal so fünf komme ich alles auf abends wenn man irgendwie mal so fünf liter wasser für ein paar nudeln warm machen möchte mit dem topf das dauert echt lang das dauert richtig lang das macht eigentlich überhaupt gar keinen sinn also da hat man mehr gasverbrauch als alles andere in unserer raupenfamilie wir sind alle ein bisschen verfressen wir haben also schon relativ relativ ja jetzt nicht mehr wir sind jetzt auf low carb also egal wir haben also alle schon große tippe hier daheim aber trotzdem irgendwie die ganze wärme geht an den topf dran vorbei es ist ein bisschen doof mit dem kadak ansonsten das ding war super leicht zu reinigen also wir haben gesagt ja ich muss die grillfolie machen als gemähe ist aber ohne grillfolie die sache probiert ich habe nicht gemäht na du nicht nein sie wurde ja als nörgelfee bezeichnet von irgendjemand von euch liebe grüße an den herren der mich als nörgelfee bezeichnet hat ja auf alle fälle das ding geht super sauber und ist ganz tolles gerät leicht zu verstauen genial aber wasser warm machen macht keinen sinn dementsprechend wie wir es ja im südsee-camper hatten hatten wir uns induktionskochplatte dabei hat doch diesmal funktioniert also 10 ampere absicherung auf dem platz reicht man kann induktionskochplatte benutzen klimalage 24 stunden laufen lassen und noch alles mögliche an handys laden und wassergeier was funktioniert wasser macht echt sinn darauf erst mal zum kochen zu bringen dann kann man das wasser rüber auf den kadak stellen dann funktioniert das auch mit nudeln kochen nur wenn ihr morgens nudeln essen wollt solltet ihr oder abends nudeln essen wollt solltet ihr morgens mit anfangen also das dauert ein bisschen lang ist ein bisschen doof das ist ja mit der folie irgendwie ist es was haben wir da ach speck wir haben speck versucht zu brutzeln auf der grillfolie das hat auch nicht so funktioniert also das hat auch stunden gedauert also ohne folie speck drauf gelegt spitze und es geht echt super schnell sauber also viele meckern ja geht nicht doch super also ohne kratzer tolle geschichte gut die kühlbox die kühlbox die war mal richtig gut also am anfang habe ich ein bisschen gekotzt weil ich wollte das ding haben extra und so eine steckdose im auto bestellt dass wir da ohne umwandler einfach nur so reinstecken und geht und nein wir haben nämlich so einen flachen stecker in flache steckdose im kofferraum und das ding hat so einen fetten stecker war doof also läuft ich kurz vor der abfahrt man könnte es ja vorher mal testen wir machen sowas nicht wir lassen uns gerne überraschen habe ich noch schnell eine steckdose gebaut mit dem stecker und lange rede kurzer sinn also wir haben das ding vorgekühlt hatten alle sachen drin auf dem weg bis nach italien 15 stunden fahrt es war alles noch kalt da drin also die isolierung von der kühlbox ist spitze dann haben wir die natürlich im vorzelt hingestellt weil wir wollten ja dass die lieben mädels sind als in den wohnwagen rein rennen sondern die können sich draußen was zu essen was zu trinken nehmen wir hatten das ding wirklich in der sonne stehen gehabt und das ist kein witz da war nur noch hier diese seitenscheibe von der seitenwand von der vom vorzelt dazwischen die sonne hat nachmittags darauf gebrutzelt man konnte den deckel kaum anpacken so heiß war der und ich habe die kühlbox hoch gedreht und alle getränke waren gefroren richtig gefroren also richtig mit eis also die getränke waren drin wie eisbrocken also für den preis so eine große kompressor kühlbox zu bekommen geil also ganz klare kaufe empfehlung das war das beste teil was wir gekauft haben ja ganz klare kaufe empfehlung super teil genial was haben wir noch so gekauft nur auf den zettel gucken unsere ausrüstung allgemein ja so ein bisschen was über unsere ausrüstung kann kein mensch lesen ich schon also was wir festgestellt haben so wie wir gestanden haben wir brauchen auf alle fälle noch einen sonnen vorzelt segel vorzelt sonnensegel machen wir brauchen ein bisschen schatten wenn man da morgen früh sitzt und die sonne marschierte da so wunderschön lang war mit zu warm also brauchen wir noch mal so ein bisschen schutz dass man da auch mal ein bisschen im schatten liegt das stimmt ansonsten war es wunderschön das erste was wir gekauft haben war ein wunderschöner vorzeltkehrbesen ja und ein kleines kehrblech das ist meine frau das erste was sie auf dem campingplatz kauft ein kehrblech man braucht es unbedingt war echt gut spitze geil also wir haben auch gemerkt wir brauchen eigentlich gar nicht mehr viel wir hatten ja noch ein bisschen Probeurlaub gemacht haben uns ein paar sachen aufgeschrieben also was wichtig war noch mal einen Gardena Anschluss weil dieser campingplatz das wasser was da das hat überall hin gespritzt nur nicht da wo man es haben wollte also da brauchen wir noch mal so ein bisschen zwei meter schlauch oder vielleicht eine schlauchhaspel eine Wäsche spinne eine Wäsche spinne brauchen wir wir hatten nur eine Wäsche Entschuldigung ich möchte auch mal reden das ganze Tag das stimmt nicht los erzähl wir hatten ja nur eine Wäscheleine also die hoch die war nicht ganz die war nicht ganz so lang es hat also nicht gereicht wenn man große Handtücher dabei hat und wenn man dann auch mal Wäsche wäscht achso im Übrigen wenn man dort hinfährt sollte man vielleicht auch Waschmittel mitnehmen hatten wir auch nicht Gott sei Dank konnten wir uns was leihen wir konnten dann in Italien aber auch was kaufen ja auf jeden Fall war die Wäscheleine viel zu kurz wir hatten auch zu wenig Wäscheklammern dabei sowas sollten wir auch mitnehmen und was uns aufgefallen ist wir hatten ja im Vorzelt ein Schränkchen und da haben wir unser Besteck reingelegt und wir hatten überhaupt gar nichts für das Besteck also hatten wir uns nochmal ein Besteckkasten jetzt gekauft das ist also auch nochmal vonnöten gewesen genau Schrankbeleuchtung Schrankbeleuchtung ja wir haben zwar Licht in den Wohnwagen aber genau wo unsere zwei Schränke sehen wo die Klamotten drin sind dunkel also wirklich dunkel auch tagsüber dunkel wie im Hühnerarsch haben wir so ein bisschen festgestellt wir brauchen Schrankbeleuchtung also ich werde dann auch so mit so LED Birnen irgendwie mit Bewegungsmelder was basteln wir brauchen nochmal zwei drei Schrankbretter weil wir haben bei uns einen Schrank wo wir so die Hängesachen rein machen können brauchen wir nicht brauchen wir nicht dann haben wir noch so zwei Schrankbretter rein die wir im Endeffekt auch nicht bräuchten weil Platz haben wir genug aber nein sieht besser aus machen wir rein kommen ein bisschen Beleuchtung rein kriegen wir schon voll vielleicht mache ich sogar ein Video darüber zeige euch wie ich da so was ich mir für Gedanken mache könnt ihr dann gerne unten reinschreiben wenn ihr eine Idee habt die ich es jetzt schon besser machen kann ich sollte jetzt einfach nur so runde Dinger drunter kleben mit Bewegungsmelder habt ihr gute Ideen schreibt es auch in die Kommentare rein ich antworte definitiv oder wir antworten warum soll ich was probieren wenn ich von besseren Leuten was lernen kann des weiteren noch ein kurzer Aufruf Sonnen vor Zell Sonnensegel also ich habe so ein bisschen rumgegoogelt und eigentlich nicht so das Richtige gefunden wenn von euch irgendjemand so ein Ding hat verkaufen möchte eine Idee hat und wenn es nur Zeltstangen sind irgendwelche Vorzeltstangen möglich hat schreibt es auch bitte unten in die Kommentare rein ich muss mir glaube ich eh irgendwie selber was klöppeln stricken ja biegen mit dem Vorderzelt dann Vorderzehen biebert also schreibt irgendwas rein wenn ihr die Idee habt wie es bauen kann wer so ein Ding verkaufen möchte und so weiter also wir haben eine Fürstseite von ja bis zur Mittelstrebe sind es 263 ungefähr die meistens heißt es Größe 12 11 oder 12 wäre so ein Vorderzehen wer was hat meldet euch muss ja nicht immer alles neu kaufen ja ansonsten war eigentlich alles gut also spitze toller Urlaub wenn die Kinder weniger genervt hätten wäre es noch besser gewesen ja wir haben echt festgestellt weniger ist echt mehr man braucht nicht viel mitnehmen ich habe schon so ein paar Sachen wieder ausgepackt eine Menge an Werkzeug und noch ein Eimer und für was also wir hatten eigentlich alles viel zu viel Salatschüsseln haben wir ich weiß gar nicht warum wir so viele Salatschüsseln haben also überhaupt viel zu viel Geschirr alles viel zu viel Geschirr was wir gekauft haben ist alles irgendwie unnötig gewesen ach so wir brauchen noch eine Pfanne für unser Induktionskoch Plättchen tolle Geschichte wenn man nämlich Spiegeleier machen möchte auf einer Alu Pfanne auf einem Induktionskochfeld und man wundert sich es wird nicht warm aber auch dieser Herd nicht so richtig anspringt ja das macht Sinn also das werden wir uns noch kaufen wir gucken was wir finden wir werden euch unsere Geräte alle mal unten in der Infobox verlinken und wenn euch unser Video gefallen hat dann hinterlasst bitte einen Daumen nach oben und gerne auch einen Kommentar einen konstruktiven Kommentar Mörgelfee fand ich spitze ist klar dass du da spitze findest ja ich fand es aber auch ganz nett danke und wie gesagt wer was weiß wegen so einem Sonnending irgendeine Idee hat irgendwas schreibt es bitte rein bitte 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 schreibt es rein möchte gern was machen ok das war es das war von dieser Woche unser Resümee ja Feedback 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 alles klar dann wünschen wir euch eine schöne Woche und bis bald Tschüss